So, folgendes. Ich dachte, ich lasse euch mal an so ein paar ADHS-Problematiken und Lösungen teilhaben, weil die Resonanz auf dieses ADHS-Video so krass ist und so berührend und dazu muss ich nochmal ein andermal was machen. Aber jetzt nur mal folgendes. Heute ist ein klassischer Arbeitstag für mich. Ich muss diverse Sachen machen. Ich muss zwei hauptgroße Sachen machen. Einmal mein Newsletter schreiben für Oakling. Das macht mir wahnsinnigen Spaß, weil ich da viel Quatsch erzählen kann und Privates und das mit lustigen Bildern und Quatsch und Links und Song-Empfehlungen füllen kann. Darin habe ich großen Spaß. Das ist eine Sache, die ich machen muss, die aber auch eine ganze Weile lang dauert. Das Piepsen erkläre ich euch gleich. Und danach muss ich noch über Hunde nachdenken, ein Hunde-Video schneiden, ein paar Hunde-Videos angucken von anderen Leuten und ein paar Sprachnachrichten, Trainingssprachnachrichten verschicken. Beides, das ist ein Vorteil, macht mir sehr großen Spaß. Das ist aber auch ein Nachteil, denn es macht mir so großen Spaß, dass ich beim Arbeiten in den wahrscheinlich sogenannten Hyperfokus gerate. Ich habe also so viel Spaß, dass ich alles andere nicht mehr wahrnehme und das einfach mache. Ich bin hart konzentriert. Ich esse nicht. Ich trinke nicht. Ich rauche aber ehrlich gesagt auch nicht, weil ich fange an und vergesse dann fertig zu rauchen. Ich bin sehr in the zone. Das ist sehr unterhaltsam und sehr lustig und das ist auch von Nachteil, weil meinem Körper das nicht gut tut. Ich werde dann also irgendwann sehr flatterig und tatsächlich ein bisschen tatterig. Ich spüre mein Herz, ich spüre meinen Blutdruck, ich spüre, dass ich super on bin. Und das ist zwar kreativ gesehen eine geile Sache und so entstanden auch alle coolen Sachen, die ich jemals gemacht habe. Aber für meinen Körper ist das nicht schön. Ich merke immer mehr, dass mich das stresst, das kann nicht gut sein. Man spürt literally den Stress. Also was ist die Lösung da für Pausen? Das weiß natürlich jeder. Ich habe neulich irgendwo gelesen, dass am sinnvollsten ist 25 Minuten Pause und danach, das wäre ein Traum, 25 Minuten arbeiten und danach 5 Minuten Pause. Und diese Pause wird mit etwas gefüllt, was ausschließlich schön ist. Man könnte einfach ein bisschen rumlaufen durch die Wohnung und so weiter und so fort, aber dazu bin ich zu zappelig. Aus dieser Idee, Pause und Arbeiten, die ich Bock habe, entstehen aber sofort ein paar Probleme für ADSler. Nämlich erstens, wie time ich die Pause? Ich weiß, dass jeder von euch jetzt sagen wird, ja, du hast doch einen Timer im Handy oder am Computer, stell dir den doch einfach. Aber so funktioniert es eben nicht so richtig für mich, denn der Timer im Handy nervt mich. Der hat ja keine Funktion von wegen 30 Minuten. Ich muss den also erst einstellen. Ich muss ihn erst suchen, dann muss ich ihn einstellen, dann muss ich immer wieder in diese App, um auf ja bitte zu drücken. Allein das nervt mich. Allein das ist so unattraktiv für mich, dass ich es nicht mache. Also bin ich seit zwei Tagen auf der Suche nach etwas, was mir Spaß macht als Timer. Ich habe meinen Mann gefragt und gesagt, Christoph, kannst du dir nicht irgendwas ausdenken für mich? Ich brauche sowas wie eine Schachuhr, was Haptisches, was dasteht, womit man mitspielen kann, wo man auf die eine Seite drückt und nach 30 Minuten piepst und dann muss ich eine Pause machen und dann drücke ich auf die andere Seite und dann piepst es nach fünf Minuten, wenn die Pause vorbei ist. Habe das gegoogelt. Schachuhren funktionieren so natürlich nicht und war ganz verzweifelt, weil ich weiß, es muss etwas sein, was hier für mich sichtbar ist. Und ich muss damit spielen müssen. Und dann bin ich gestern auf die perfekte Idee gekommen und habe mir das gekauft und zwar Timerwürfel. Da stehen, wo fangen wir an hier, der geht von 15 Minuten, 20 Minuten, 30 Minuten, 60 Minuten, die Zeit, die ich brauche. In diesem Fall 30 Minuten dreht man nach oben, stellt den hin, nach 30 Minuten fängt er an zu piepen. Ist das nicht geil und man muss, damit er aufhört zu piepen, den wieder umdrehen. Sprich, all meine Spielerei und yeah, wir machen was, wird damit befriedigt. Und sobald er piepst und es ist Zeit für eine Pause und ich den umdrehen muss, nehme ich meinen zweiten Würfel, der hat nämlich kleinere Zahlen. Eins, drei, fünf, zehn, stelle den auf fünf Minuten für meine Pause, boof und dann mache ich fünf Minuten was richtig Geiles. In dem Fall nämlich Ukulele spielen. Denn Ukulele spielen ist die einzige Sache, die mich innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit sehr, sehr gut runterbringt und ablenkt. Einfach, weil, glaube ich zumindest, mein Körper beschäftigt ist durch einfach Greifen, Muskelgedächtnis, Spielen. Das befriedigt mich, sodass ich nicht so richtig doll an andere Sachen denken kann. Denn natürlich werde ich nach diesen 30 Minuten eigentlich den Newsletter weiterschreiben wollen. Muss mich aber zwingen, mich zu unterbrechen. Das funktioniert nur mit etwas, was geil ist und ukuleles Spielen ist es. Außerdem habe ich extra nachgelesen, macht Singen glücklich und zwar nicht gut singen, sondern einfach singen, egal ob es gut oder schlecht ist. Ich nehme an, weil diese Harmonien, mein Akkord passt schön zu meiner Stimme, das macht sofort coole Sachen in mir. Ich weiß nicht, welches Hormon es ist, aber Fakt ist, in kurzer Zeit werde ich entspannter und glücklicher. Deswegen ist also Ukulele spielen für mich die Pause der Wahl für heute. Es ist alles ein Test. Ich benutze die heute zum ersten Mal. Ich benutze das ganze Arbeiten- und Pause-Ding zum ersten Mal, weil ich die letzten drei Tage das so falsch gemacht habe, dass ich wirklich irgendwann tatterig vor der Badewanne stand und selbst da nicht runtergekommen bin. Also, ich werde das alles filmen in Zeitlupe. Ihr guckt mir zu, wie ich arbeite und regelmäßig Pausen mache und dabei vielleicht erkläre, wann ich scheitere und wann nicht. Shoot! So, und das ist so geil. Bevor es überhaupt losgeht mit Arbeiten, scheitere ich schon. Das sieht jetzt einfach aus, als wäre, würde ich nur ein bisschen aufräumen. Und das stimmt auch. Ich räume Christophs Rückengeräte weg und ich räume die Ukulele auf und so weiter und so fort. Das liegt daran, dass ich mich nicht konzentrieren kann und nicht anfangen kann zu arbeiten. Siehst du, dann ist hier noch Mikrokram, der weg soll. Gleich noch Pennies, Knöpfe. Ich kann einfach nicht mich fokussieren, wenn mein direktes Sichtumfeld unordentlich ist. Es ist eine Form von Prokrastinierung und gleichzeitig ist es einfach eine Unfähigkeit. So, jetzt werden die Knöpfe angemacht. Jetzt wird wirklich gearbeitet. Am Anfang fällt mir das auch ganz angenehm leicht. Ich habe einen Kopf voller Ideen, Sachen, die ich in den Newsletter schreiben will. Ich habe Bock, 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 Bock. Ich bin super fresh und so weiter und so fort. Deswegen, das ist jetzt 20-fache Verschnellerung quasi. Das ist jetzt ein bisschen öde. Da kann ich auch gleich mal rausgehen. Ich muss euch nicht die ganzen 30 Minuten zeigen. Aber im ersten Block bin ich noch richtig geil am Arbeiten, konzentriert. Ich zappel nicht sehr viel. Ich sitze halt wie ein Kind auf dem Stuhl. Ich kann einfach nicht normal auf Stühlen sitzen. Ich nehme an, das hat damit auch zu tun. Irgendwie fühle ich meinen Körper besser, wenn ich verknotet da rumsitze. Und jetzt wird es im Grunde auch gleich Zeit für die erste Pause. So, und da piepst auch schon der Wecker zum ersten Mal. Und ich liebe es, aber ich will ehrlich sein, eigentlich will ich zu dem Moment keine Pause. Ich habe das Gefühl, ich bin mitten im Satz. Das geht jetzt nicht, das geht jetzt nicht. Normalerweise hätte ich einfach weitergearbeitet. Aber weil ich auch das Video mache und weil ich die Knöpfe ausprobieren wollte, habe ich also mitten im Satz aufgehört, meinen einen Würfel auf fünf Minuten gestellt und fange jetzt an, Ukelele zu spielen. Das ist übrigens Michelle van Dijk. Ihr seht, ich zappel viel. Das ist nicht, weil ich ein super, super rhythmischer Mensch bin und tanzen will, sondern ich weiß nicht. Es fällt mir schwer, nur zu stehen und zu spielen. Also zappel ich viel rum. Ah, siehst du, genau da machen wir eine kleine Pause. In dem Moment, in dem ich zum Computer gehe, hat es irgendwo gepiepst. Das war mein Handy, das das Ganze gerade filmt. Und das ist mein großer Vorteil, dass das Handy die ganze Zeit filmt. Denn ich hatte mehrfach zu dem Zeitpunkt schon das Bedürfnis, aus Handy zu gucken. Einfach so, wegen Instagram, wegen, es hat gepiepst. Da kommen auch Sachen rein, von denen ich zwar weiß, was es ist und dass es warten kann, dennoch will ich gucken. Und in dem Moment hat es gepiepst und ich dachte, ach komm, ich gucke schnell, was es ist. Habe mein Handy hinterm Computer gesucht, festgestellt, dass es gar nicht da ist und wurde dann Gott sei Dank unterbrochen und spiele einfach weiter Ukelele. Ich zappel ein bisschen, piepapo. Ich dehne mich ein bisschen, denn ich merke jetzt schon, dass mein Körper anfängt, sich zusammenzuziehen und hart zu werden. Das ist nicht geil, deswegen schadet die Bewegung sicherlich auch nicht. Und jetzt piepst gleich wieder die Uhr und wir müssen weiterarbeiten. So, der Timer-Würfel wird wieder umgedreht auf 30 Minuten. Zacki, weiter geht's mit Arbeiten und ihr werdet jetzt sehen, dass ich ein bisschen zappeliger bin als eben. Der nächste Block fällt mir irgendwie schwerer. Ich dehne mich zwischendurch, weil ich merke, dass meine Schultern, da dehne ich mich ein bisschen, meine Schultern irgendwie enden werden. Und irgendwie bin ich unruhiger als vorhin noch. Das nervt mich ein bisschen. Also gehe ich aufs Klo und dann komme ich wieder und dann fällt mir ein, dass ich einen Kaffee will und dann hole ich mir den noch und stelle den hin und dann arbeite ich weiter. Irgendwie merke ich da schon, dass die Energie ein bisschen flöten geht. Aber es ist irgendwie cool zu wissen, dass demnächst eh der Pausenwürfel wieder was sagen wird. Und genau jetzt ist der Moment, wobei Stopp, ich erinnere mich daran, dass der Pausenwürfel da, glaube ich, gar nicht gepiepst hat, sondern ich irgendwie so unangenehm angespannt wurde, obwohl ich immer noch Bock habe auf Arbeiten, dass ich dachte, komm, ich bin super erwachsen und merke, dass mein Körper eine Pause braucht und mache eine. Ich glaube, das war das. Ich glaube, der hat da gar nicht gepiepst. Und weil ich merke, ich habe gerade keinen Bock auf Ukulele spielen, was eigentlich nicht schlau ist, denn ich weiß ja, dass es mir gut tut, entscheide ich mich stattdessen, mich hinzusetzen und meinen Körper zu dehnen hier. Wir machen weiter. Ich setze mich da hinten in die Ecke, wo Penny ist. Ihr seht, ich bin ein bisschen durcheinander. Ich weiß nicht so richtig, was ich machen will. Ich setze mich erst mal und dann dehne ich meinen Nacken und dann habe ich beschlossen, mit Penny zu spielen. Denn als Nächstes will ich mich inhaltlich eh mit meinem Hundethema auseinandersetzen, weil der Newsletter fast fertig ist. Und dachte, warum nicht mit dem Hund spielen, um mich darauf inhaltlich vorzubereiten, merke aber währenddessen, dass mich das auch nicht so richtig runterbringt. Wobei, das ist ein guter Tipp, generell sich mit Tieren beschäftigen und die streicheln. Setzt Oxytocin frei und macht, dass man gechillter ist. Aber ich bin in dem Moment schon so angespannt, dass ich merke, dass ich nur so tue, als würde ich eine Pause machen mit Penny, aber eigentlich schon viel über Hunde nachdenke und beschließe deswegen noch ein bisschen Ukulele zu spielen. So, da stehe ich also rum und spiele ein bisschen, bin aber unaufmerksamer, auch in meiner eigentlich wichtigen Pause und merke, dass ich währenddessen an andere Sachen denke. Unter anderem fällt mir nämlich jetzt gleich auf, deswegen lege ich auch die Ukulele weg, dass da auf dem Akkord-Sheet an der Wand, was steht, ein Akkord fehlt. Und anstatt das einfach zu ignorieren und den zu spielen, muss ich jetzt quasi aufhören, um einen Stift zu holen, um das zu ändern. Das ist mir wirklich wichtig, obwohl ich weiß, dass und jetzt genau klingelt auch noch der Wecker und sagt, Achtung, Achtung, deine Pause ist vorbei, aber da kann ich jetzt nicht anders. Ich muss das jetzt noch daran schreiben. Das würde mich sonst wahnsinnig machen. Aber ihr seht, ich boykottiere meine eigene Pause. Schön dumm, weiter wird gearbeitet. Hier passiert jetzt erstmal nicht so wahnsinnig viel. Ich bin im nächsten Arbeitsblog. Mein Newsletter ist durch. Ihr könnt ihn übrigens abonnieren auf oakling.de. Jetzt kommt der zweite Themenblock des Tages, nämlich Hunde. Ich gucke mir Videos an von Leuten, die mir welche geschickt haben. Ich analysiere die und bespreche Sachen. Ich schicke viel Sprachnachrichten, weil mein Handy ja nicht da ist, sondern filmt. Deswegen mache ich das alles über den Computer. Ich rede viel. Ich gucke mir Videos an von Hunden und ich merke aber gleichzeitig, dass mein Fun steigt, damit aber auch meine Aufgeregtheit. Ich kriege langsam ein bisschen kalte Finger, mir ist generell ein bisschen fresh. Ich werde sehr druff, sehr having fun, having fun. Also auch da schadet wieder eine Pause überhaupt nicht und das ist wirklich nötig. Oh, und jetzt passiert was ganz Spannendes und zwar merke ich, dass mir die Songs an der Wand da keinen Spaß mehr machen. Die hängen da schon sehr lange, die sind nicht sehr neu. Ich habe die jetzt schon alle gespielt, also spiele ich nicht mehr vom Blatt, sondern spiele meinen eigenen ADS-Song, den ihr vielleicht schon mal gehört habt. Und als auch das mich nicht so kriegt, weil ich mir den Text nicht richtig merken kann, beschließe ich, mein ukulele Buch zu holen, weil da viel mehr Songs drin sind, die mir mehr Spaß machen, setze mich auf den Boden und spiele die, bis die Pause vorbei ist. Aber eben auch eine ganz typische ADS-Geschichte. Die eine Sache kickt nicht mehr, man sieht kurz, wie ich so eine Weile stehen bleibe, einfriere, ich weiß, was ich machen soll und dann was ändere. Am Ende wird das Fenster zugemacht, denn mir wird kalt, obwohl es gar nicht kalt ist. Das liegt daran, dass ich, glaube ich, nicht gut durchblutet bin, weil ich zu sehr im Fokus bin. So, und jetzt passiert gleich noch mal was ganz Spannendes, denn ich bin jetzt, glaube ich, am Ende sind jetzt, glaube ich, zwei Stunden durch mit dem Arbeiten und ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Obwohl ich Spaß habe, merke ich, dass mein Körper dringend da eine Pause oder was zu essen oder eine Bewegung braucht. Ich fange an, da mit den Dingern rumzuspielen, mit den Würfeln, da ist noch gar keine, die haben noch gar nicht Pause oder Arbeiten gesagt. Und dann, und das ist wirklich beeindruckend, das ist mir währenddessen gar nicht so aufgefallen, friere ich eine Zeit lang ein. Das hier ist gar nicht ein Standbild, sondern das bin ich, die im Grunde überfordert ist von allem jetzt gerade. Ich habe das Gefühl, ich habe noch nicht ganz fertig gearbeitet, ich brauche aber eine Pause, ich will super dringend fertig arbeiten, ich will endlich zu meinem Telefon, weil da super viele Nachrichten sind, mir ist ein bisschen kalt, ich sollte was essen, wann kommt ein Christoph? Sollte ich noch mal Ukulele spielen? Nein, das stresst mich jetzt. Und in diesem Moment starre ich einfach vor mich hin, spiele noch mal so ein bisschen übersprungshandlungsmäßig mit dem Würfel und mache dann die Kamera aus. Inzwischen ist es dunkel, ich sehe ein bisschen zerrupfter aus als vorhin noch. Das war es eigentlich. Kann sein, dass das für normale Leute super langweilig ist oder auch nicht, aber ich habe selber auch beim Schneiden jetzt geguckt und beim Filmen, wie viel typisch ich dabei ist und ich erinnere mich auch an jedes Gefühl währenddessen. Abschließend habe ich wirklich das Gefühl, dass mir meine kleinen Timer-Würfel erstens Spaß machen beim Umdrehen, das ist einfach Fakt, ich könnte den ganzen Tag die einfach nur umdrehen und mich freuen, dass die irgendwann piepsen. Ich habe gemerkt, dass ich von alleine im Leben diese Pausen nicht gemacht hätte, wenn der Würfel nicht Bescheid gesagt hätte und was viel problematischer ist, ich habe auch gemerkt, dass mich meine Pausen ein bisschen stressen. Denn ab der zweiten, dritten Pause merkte ich schon währenddessen, mir macht Ukulele gar keinen Spaß, ich will was anderes machen, kann ich aus dem Fenster gucken, uh, was ist das? Und ihr seht es ja, habt es ja auch selber gesehen, das ist nicht so geil, daran muss ich arbeiten. Ich muss mich also selber zu Pausen zwingen, denn wir ADSler können nicht entspannen. Es ist uns wirklich unfassbar unmöglich. Also müssen wir uns ein bisschen austricksen, ich halte das trotzdem für eine gute Idee und werde weiter die nächsten Tage mit dem Würfel und mit der Ukulelenpause arbeiten. Wenn ihr coole Tipps habt, die euch helfen, coole Sachen, die man in 5 Minuten Pause machen kann, die ich auch gut finden könnte, let me know. Ansonsten vielleicht hat euch das ein bisschen was gebracht, einfach nur um zu kapieren, wie manche Leute funktionieren oder um sich vielleicht sogar eine kleine ADS-Scheibe abzuschneiden. Jetzt muss ich mit meinem Mann knutschen, denn es war ein sehr langer Tag. mit meinem Mann genut leid吧. Ich bin